Krafthaus Murtal ist ein einzigartiges Wirtschaftsnetzwerk in der Region Mura Murtal mit zurzeit 85 Mitgliedsbetrieben und über 7000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir arbeiten gemeinsam in unterschiedlichsten Employer-Branding-Maßnahmen daran, die Attraktivität unserer Betriebe und deren Arbeitsplätze an die Zielgruppe zu bringen. Ab September 2022 werden hier in diesen Räumlichkeiten Studierende sitzen mit dem Fachgebiet Autosierungstechnik. Es gibt die Kooperation zwischen Krafthaus Murtal und Campus 02 aus Graz. Wir sind sehr froh, dass wir dieses Studium hier in die Region gebracht haben. Die Jugend, die Jungen müssen nicht mehr nach Graz pendeln, um dieses Studium genießen zu dürfen, sondern wir machen es hier vor Ort. Das macht die komplette Region eigentlich sehr attraktiv. Der Fachkräftebedarf ist natürlich auch bei uns im Murtal omnipräsent. Wir alle suchen fachlich kompetente Mitarbeiter in allen Branchen, in allen Bereichen. Natürlich tun alle 85 Betriebe in ihren Betrieben was, um die Mitarbeiter auszubilden, das Mitarbeiter halten und das Mitarbeiter gewinnen mit allen digitalen, modernen Ressourcen möglich zu machen. Dass es nicht immer leicht ist, wissen wir, aber es greift und es ist in einigen Betrieben schon erfolgreich und besetzt worden. Abonniert den Tag, der sich in den Tag mit dem 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 Tag